Tanja, Tanja Jade. Ist das die von der Jade? Wir können ja auch gleich mal einfach Fragezeichen machen, dann haben wir Zufall einfach. So cool. Da guck mal die anderen Stock. Na, hier ist er doch. Ja. Okay. Kupu-Chi-Tri-Feuer-Marke. Der sieht cool aus. Jäger. Da steht was. Jäger. Okay, kann ich nochmal zurück? Geht noch zurück? Ja. Ich habe nämlich keinen Jäger. Okay, zu spät. Irgendwann wird es euch schon eng gewesen. Jäger? Jäger? Ne, ich habe Plasma. Plasma-Kanonen. Ich gewinne nicht. Ich habe auch. Ich hätte auch keinen Stock für die Frauen. Ne. Oh. Boah. Ey, ich bin für den Jäger. Ich muss hier schneller sein. Ey, das ist langweilig. Langsam. Kann ich jetzt die Plasma-Kanonen abfeuern? Scheiße. Was ist das Schlimme? Ich drücke einfach. Ich drücke aber auch Kupu-Korben hier. Boah. Boah. Ah, super. Boah. Alter, ich weiß wie man mit Männern umgeht. Ja. Ja. Aber ihr seid korrekt und ehrlich. Und ehrlich gibt auch was. Boah. Ja. Ah, ich bin ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Ja, ich bin ehrlich am Brasilien nicht besser. Da will ich auch den Film von der anderen Seite. So. Aber welchen genau? Das muss man doch sagen? weil ich denke mal, hatte ich 2? hatte ja 2 da blassen wir schon mal da blassen wir schon mal jetzt hab ich mal ordentlich abgelöst gerade aber geil sieht so aus, definitiv verdrückt wir kommen zurück geil den move kann ich auch was steht da um? ja so ist das Onkel ist immer ehrlich ja ich bin auch immer ehrlich ich bin auch noch da ich bin auch ehrlich na klar ehrlich und müde ich bin auch fit nicht am Bier und am scheiße jetzt hab ich dir natürlich den Finisher vorbei kann man nicht gibt es nicht so einen move wo man einfach die Finisher zeigen kann dass wir alle mal durchgehen gibt es sowas? ne Einstellung, Finisher sehen Intro gibt es sowas? oder kann man das nur bei Youtube reinhauen? das gab ja bei Dingen ne weiß ich nicht gibt es das? dass man die Finisher sehen kann Extras Match Replays Sammlung vielleicht? nicht gibt es nicht ne gibt es nicht gibt es nicht bin ja neu so cool dass du dabei bist auf jeden Fall kein Problem ein Call of Duty oder? seid ihr für Call of Duty? bisschen jagen, ballern schade dass die Star Wars Beta nicht mehr geht der hätte gerne mit dir noch ein bisschen gebettet Einspielerübung was? Einspielerübung? Training Training da Fatality cool sauber ja gut aber mach mal vom Jason an ja gut aber mach mal vom Jason an ja Regal die mal die so alles gleich ja wie wollen wir dann nehmen? ne wir werden dann blut 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 zeigen wir euch alle Finisher ja meinst du ob das so einfach wird? R2 oder muss ich jedes Mal ich weiß nicht ob ich jetzt die richtigen Finisher machen muss ob ich jetzt die richtigen Tasten Kombis machen muss na wer scheiße oh alter bin wach da Zeit ausschalten vertellet die Zeit auf einschalten was ist das schon richtig? ich soll jetzt hier ach da unten ist die Kombi ja unten, links, rechts, unten ok so schön der war nett ich hoffe ihr habt alles schon was gegessen da oben steht was jo gut ja sauber Matz ist mein Mann siehste der weiß was gut ist machen wir gleich wenn man ein paar Fatalities und dann haben wir mal Mortal Kombat ich weiß aber nicht welchen er hat nein was aber man kann bloß ein Fatality man nein ja kannst du das einfach mal es ist vorbei es ist vorbei es ist nicht ja man kann bloß man kann bloß zum Wohl meine Freunde zum Wohl 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 Ya ich bin was ohne gemacht ne Zeitablauf ausschalten der Onkel ja da musst du den Kopf reingestückt ja die alte Frisbee Scheibe die hat er vom Flohmark damals wollt ihr jetzt echt alle Fatalities sehen oder wollen wir Martel, äh Colf du die mal bisschen töten gibt's aber Zombie Modus? Hast du Zombie Modus? Boah dann können wir's dann im Zombie Modus machen das geht auch auf den Call of Duty Ghosts hat auch mit diesen Aliens Aliens, auch gut aber mehr hast du nicht? Oh ja die Advanced Warfare mitgenommen doch Advanced Warfare ja der ist guter Zombie Modus dann mach mal was haltet ihr von Zombie Modus Call of Duty, wir beide die Wellen abwehren und so hab ich voll Bock drauf was sagt ihr? ja ist das bei dem cool ist? ja bei Kuglau brusli oder? warte 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 wir haben leider nur Call of Duty Advanced Warfare und äh Ghosts da steht ja Boah kannst du dich von lesen? das ist gut das auch Guck in Guck in Guck in Boah aber das ist kein Fatality ne? ne oh ich wollte das mal zeigen Boah. Der ist schnell. So schnell bin ich auch mal zuschlagen. Geil. Boah. Übel. Das ist schon heftig, ey. Das machen die Leute nach. Jawohl. Das kann man jawohl. Ja, ich hol's. Äh, Zombie-Modus, ne? Wo ist denn das? Das steht nicht da. Wo hast du das? Nicht auf PC. Ne, ne, auf PS4. Wo hast du das? Da steht's doch. Call of Duty Advanced Warfighter. Da steht's doch riesengroß. Call of Duty Advanced Warfighter. Ghost. Da. Ja, Herr Wano. Hätte ich dir ein Bild davon machen sollen. Ja, dann hätte ich's erkannt. Das gibt's Blitz-Cream. Mhm. Blitz-Cream. Bitte. Johnny. Hey, hier ist Johnny. Hey, wir haben jetzt schon ein anderes Spiel drin. Kommt dann an, wenn wir starten. Hier ist Call of Duty. Hey, Call of Duty. Oh Gott, zuhör, ich hab jetzt doch hier. Hier, ey. Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Überleg schon wieder, Jemand. Kommt nur Dummes raus, wieder. Diese Zeitverzögerung, ja. Kannst du nichts machen, musst du gucken zu. Du musst oben ändern, ne? Dass wir jetzt Call of Duty spielen wollen. So, ja, so. Das ist geil. 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 O, D, A, W. D. A, W. A, W. Done. So. Drücken Sie X. Mehr Spieler. War nicht so der Sniper. Boah, Exo-Zombie. Ja. Ja. Müsste eigentlich gehen. Was? Und? Da steht ja bei Viertel die Griesleine. Musst du weiter runter scrollen, oder? Ich hab die Arme auf Viertel die Griesleine. Was ist denn das jetzt? Was ist denn da? Was ist denn da? Es hängt! Man hat die Griesleine. Ich hab' mir gehört. Onkels Placetration 4 ist warm geworden. Alle. Da oben gehts weiter. Geht's doch nicht. Doch. Kein Kontrollhaus, was ist ja noch mal ein Kabel drauf. Gibt kein Zombie? Wie? LAN-Party haben wir, ne? Ich bin Kontrollhaus leer? Ja. Ja. Mach Kabel dran. Oder brauchst du einen Heim? Hey, das kann man doch zu zweit spielen. Ja, warte doch mal. Junge, Junge, Junge. Lokales Spiel, ja, das haben wir, ne? Geht das jetzt? Äh... Lokales Spiel. Zusätzliche Inhalt benötigt. Ah... Hast du denn nicht? So, die Scheiße, ist es aber kurz oder was? Das ist 50 Euro. Ja, das ist jetzt. Riesenpass. Was? Ernsthaft? Die Zombie-Modus muss man sich extra dazu kaufen? Bei Ghost war die Alien-Modus man sonst, ne? Ja, da war ich dabei. Hm. Du hast richtig Kohle in. Keine Ahnung. Aber weil es nur normal ist. Story! Können wir nicht die Story machen? Oder kostet die auch was? Das ist nur Rüstung. Was ist Story? Ist die umsonst? Outbreak. Ja, das bist du ja alleine. Kein Multiplayer. Hör ich da nicht rein. Wir waren überhaupt nicht. Da Freunde, kannst du einladen. Guck. Zu Clan anladen. Kann ich auch einladen. Achso, das ist, ähm... Wenn ich jetzt noch einen PC hab, ne? Weil, äh... Plätze im Film... Guck mal. Ja, das funktioniert nicht mit Zombies. Ja, dann machen wir normal. Dann hau ich dich weg. Ich glaub man kann auch mit Kumpels, ne? Was ich liebe sind Waffen-Matches. Waffen? Und die Solos? Waffen-Matches. Was ist das? Äh... Und dann... Exo-Überlebenskarte. Ja, das geht doch. Dann machen wir Exo-Überlebenskarte. Das mein ich doch. Sowas ist mit Zombies, oder? Weiß ich nicht. Probier mal's. Irgendwas war da. Da kamen so Wellen und so. Ich glaub das war das. Weiß nicht, ob das nur Zombies sind oder so. Oder Menschen. Wenn man jetzt... Kann man da online zocken im Splitscreen? Das wär natürlich auch geil. Ja, mach erstmal das. Damit die Leute was sehen. Ihr müsst. Wartet, da steht was. Pust oder los. Klar, ihr müsst. Splitscreen. Ja, ich frage... Weil... Hm? Ich hab nix gedrückt. Das Spiel hängt so, I don't know. Hängt. Hangout. 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 PS4 Hangout. Was ist denn hier denn? Ist das abgeschlossen? Na klar. Wieso? Weil es sich aufgegangen hat. Willst du das nochmal pusten? Die CD hinten in den Laser. Kannst du so rubbeln, so bei den T-Shirten. Ist gut. Wie kannst du so? Rubbeln? Ich kann euch das in zwei Minuten erklären. Er kann's dir erklären. Erklär dem Onkel dat mal bitte. Aber nicht extra Zombies, oder? Mach jetzt extra Überlegungskampf. Du willst doch nicht, dass das Spiel wieder aufhängt. Äh, aufhängt. Er sagt aber, was geht. Er kann's in zwei Minuten neun. Aber sonst bekomm ich Schreibstoff. Der mach ne Notiz. Der hat sein Handy da liegen. Der Onkel guckt die ganze Zeit auf sein Handy. Muss ich vielleicht ja auf Optionen gehen? Südaufgang. Mach mal die CD sauber. Mach mal aus, dass die rauskommt. Ich mach mal die CD sauber. Tsssssss. Ja. Hast du? Kann ich raus? Oder hast du das auch raus? Oh, die ist fette. Guck mal, der fette Kratzer da. Fette Kratzer. Meine Raucherlunge. Ich geb dir gleich mal den fette Kratzer. Da ist ein Kratzer drauf. Guck. Glatsch nicht. Da. Hast du das gesehen? Das ist ein Haar. Ja. Das ist ein Kratzerhaar. Das ist ein Haar. Guck in diese Hand. Jetzt stinkt die Zigarette. Äh, jetzt stinkt die Zigarette. Jetzt stinkt das Spiel. Ey, das duftet jetzt nicht immer. Wenn ich alles hier reinmalere. Pass. Mein Gott. Jetzt hängen wir hier am scheiß Menü fest. Weil's das Spiel dann da aufhängt. So geht der Onkel mit seinen Klamotten um. Was? Ey. Na, da ist ein Schöner. Dass die Hände festhängt. Ne, der Onkel hat echt ne schöne Sammlung. Ich nehm die alle mit. Mad Max. Ist auch gut? Da steht was. Was steht da? Ich schicke mal eine kurze Sprachnotiz. Ey, da bist du ja drin. Ja, mach das. Ich schicke mich eine kurze Sprachnotiz. Hast du dein Handy? Boah. Onkel? Was denn? Ob du dein Handy hast? Okay, ich schicke dir ne kurze Sprachnotiz. Das haben hier gerade viele geschickt schon. Mein Gott. Sprachnotizen? Wie gibt es hier? Na ja, bei mir ist ruhig. Privat natürlich finde ich allerdings cool. Wer hat das geschrieben? Der Jan. Wer? Der Jan. Cool, danke. Wenn er noch da ist. Was? Wenn er noch da ist. Was? Was war denn hier? So gut nachgedacht. Ja, wer? Der Lenny wollte da auch kommen, ne? Der ist halt gar nicht gekommen, ne? Bei den Listen mal auf ein paar Runden, die wird. Kennt ihr? Der Lenny wollte da auch kommen, ne? Ich schreibe mal kurz. Achso. Ja, der Satzchen nimmt gerade ein Audio auf. Ach, jetzt hängen wir hier am Menü fest. Warum hängen wir jetzt eigentlich am Menü fest? Warum müssen wir uns jetzt eigentlich auch klären lassen, wie das funktioniert? Rufen wir jemanden an. So kurz ist die gar nicht, Satzchen. Männer! Sprech schneller! Aufsatz. Aber machen wir. Wir wollen gleich auf jeden Fall noch zocken. Ich bin echt gespannt, ey. Mit Onkel und einem alten Sniper. Ja. Oh, musst du? Das ist ja nicht egal. Das musst du auch sagen. Na, kommst du doch. 104. Kurste Audioausnahme. Okay. Kann man nicht in vier Sekunden abkürzen? Der Quest schreibt. Guck mal. Lenny stimmt gerade noch. Ach so. Weil der nämlich unbedingt dabei sein wollte. Vielleicht kommt der noch ein. Danke, Quest. Danke, Quest. Ja, finde ich voll cool. Quest. Aber der Quest ist immer da. Das ist auch cool. Wenn ihr im Spielmenü seid. Da wo steht Standard für Singo zurück. Da geht ihr auf. Nicht auf einen Spieler, sondern darunter. Da steht mehr Spieler. Ihr geht auf mehr Spieler. Und dann geht ihr auf private Lobby. Oder auf private Spiel. Und da könnt ihr halt gerne zocken. Wie auch immer. Oder ihr geht einfach Multiplayer. Dann tut Rivano X. Dann spielst du mit deinem Account Onkel. Und Rivano spielt auch mit deinem Account. Und somit könnt ihr halt das auch online spielen. Und ja, das war's eigentlich im Grunde genommen. Ähm. Ich seh, ich hab was ihr da für gedönsmacht. Aber leider ist die Kamera. Ähm. Das Kamera. Also das Kamera. Also das Kamera. Das Kamera. Jetzt mach ich gleich noch. Das Kamera. So hast du dir auch gleich noch vor Stand X drücken. Und das Kamera. Das Kamera. Ist die Kamera. Ich hab zwei Bier getrunken. Ich bin voll. Mach das nochmal bitte. Das Kamera. Das Kamera. Das Kamera. Das Kamera. Und somit könnt ihr halt... Haltest du die Kamera. Und... Ja, das war's eigentlich im Grunde genommen. Du willst weiter zurück. Ich seh euch ja, was ihr da für ein Gedöns macht. Aber leider ist die Kamera... Ähm. Das Kamera. Also das Kamera. Böde. Du bist so wiese. Das ist so wiese. Nein. Du machst das doch an. Ich kann nicht. Mach nochmal. Warte mal. Ich weiß mich einfach nicht mehr. Das Kamera. Das Kamera. Ja danke dir. Sorry. Sorry. Ähm. Ich hab... Ich hab Cola Bier getrunken. Das ist einfach zu viel. Das Kamera. Das. Das Kamera. Das. X sollst du drücken. Ich soll X drücken. Ja. Ich hab gesagt. Im Hauptvideo sollst du X drücken. Oh. Ich hab's nicht funktioniert. Ich bin grad vom Stuhl gefallen. Ich komm mich nicht mehr konzentrieren. Das war mir zu viel. Das Kamera. Klassik. Das ist so ein Ochser. Oh. Oh. Ich geh in den Keller. Ich brauch nicht wo. Oh. Du bist so ein Arsch. Nein. Das war geil. Das war lustig. Ist mir... Du hätt lokale spielen. Ja. Ich komm nicht mehr klar. Mir laufen schon die Augen weg. Online. Schon online. Ich drücke X auf die Kamera. Oh. Ich weine schon. Jetzt hat's wieder das Spielaufgang. Ich kann nicht mehr. Jetzt. Geht's. Geht's wieder? Ja. Oah. Oh. Privale Lobby. Online spielen ja ein Privale Lobby oder einfach nur. Soll ich jetzt X drücken? Warte doch mal. Oh. Oh. Du kannst nicht weiterspielen. Ist alles gut oder? Dann spielen wir doch zusammen gegen ihn. Das hab ich ja nicht gewusst. Halt die Klappe, du machst mich fertig. Es spielen doch nur gegeneinander, oder? Ich spiele damit für dich, ja. Achso, vielleicht kann man das dann auch im Zombie-Dings machen, oder? Nee, Zombie ist glaube ich was zum runterladen. Keine Ahnung, ich will es mit dir zocken. Warum weinst du das? Ich kann nicht mehr. Das hat schon deine Antwort nicht mehr. Aber wie hängt immer. Ja. Das war einfach geil. Oder ist das jetzt ein Mod zum runterladen, oder was ist das für eine Scheiße? Wie das Zombie-Cut-Dings. Sollen wir noch mal abspielen? Ja, machen wir. Du hast doch den Satz nicht so auflaufen lassen. Ich bin grad voll Alkohol. Ich mach das, was Rivaldo sagt. Mach! An, los! Das ist noch nicht die Kamera. Sagst du, das war geil. Du bist der Beste. Ich seh ja, was ihr da für ein Getöns und Arme, Alter. Ist die Kamera... Das Kamera... Das Kamera... Das Kamera... Du bist so ein Arf. Ich mach auch noch mit, ey. Ich kann nicht. Das ist gemein. Das war gut, ey. Man muss dieses Scheiß... Das war gut, ey. Aber komm, Satz, du hast uns heute... Satz, du hast heute... Das hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen. Aber wie hängt immer was. Schau dir das Kamera... Schau dir das Kamera ein. Das war geil, das war einfach nur lustig. Das ist so geil. Und er drückt X. Er drückt einfach X. Mit der Aufnahme hat gar nichts aufgebaut. Ich drück X, weil er da drin gelesen hat X drücken. Der hat gesagt, ich soll X drücken. Ja, und da drückt X und da war gar nichts. Und da war der ein Menü kaufen. Und da geht das Kamera... Das Kamera... Oh Gott, ich hab da vielleicht... Das Kamera... Er hat gesagt, X drücken. Dann hab ich X gedrückt. Mann. Und dann lacht er sich ja schief. Ah, das ist X. Wenn das nochmal abspielt, sterbe ich. Das ist X. Verbinden mit Online-Diensten. Das bin ich gespannt. Oh Gott, war das geil. Hat der geschickt? Ach, der hat mir auch gesparte Tits gemacht. Ach, die gleiche. Das ist doch im selben Chip, du Fogel. Das ist doch Wahnsinn. Boah, nee. Er hat sich ernst in die Gruppe geboren. Warum hat das mir auch geschickt? Boah, nee. Stimmt, den kannst du das eigentlich auch selber machen. Aber gut, war gut. Echt, ich musste mal wieder lachen. Jetzt vielleicht? Ach, jetzt vielleicht. Da unten sind Freunde, Dreieck. Die Wahrnehmung. Ja, bin hier. Da, zum Spannern, ja! Ich kann dich jetzt echt... Echt einnommen. Er hat recht, ja. Geht. Ich hab's eingeladen. Drück mal Echt. Ja, ich muss den Dicken nehmen. Das ist ein Quatsch. Ja, ich muss den Dicken. Der Hinweis, setzen und schließen. Siehste? Ne, muss anders gehen. Lokales Spiel? Ah! Ja! Lokales Spiel! Nicht online! Ich bin oben? Okay. Kann ich auch unten sein? Ja. Weil ich bin weiter weg. Warte, was steht da oben? Ich lache aber oben. Ja, das war jetzt nicht böse gemeint, aber das war echt geil. Weil du hast das Wort das, Kamera das, und dann in dem gleichen Satz nochmal gesagt. Und der Onkel... Ne, das war einfach zu viel auf einmal. Und dann mit zwei Bier hab ich getrunken, ja. Das ist zu viel. Anderthalb. Fängt von vorne an, oder? Warum sind denn alle freigeschaltet schon? Keine Ahnung. Da hinten ist es gesperrt. Aha. Schwierigkeit... Normal. Vorratsabwürfe aktiviert. Ich guck's mir jetzt an. Der Onkel denkt gerade an das Kamera. Der Onkelbereich. Sehst du in seinen Augen? Ah, X drücken. Ah, hauptsache habt Spaß. Das Wichtigste. War lustig. Was hat er noch geschrieben? Ich war... Ich bin grad echt... Ich bin... Ich bin grad echt vom Stuhl gefallen. Ich konnte mehr. Das war zu viele. Dann drückt er... Er lese. Du musst X. Und er drückt einfach ohne immer zu machen. X. Und dann warte dein Menü kaufen. Und... Ich konnte mehr. Ich will zocken. Er kauft was. Du laberst deine Scheiße überhaupt in den Menü. Doch. Da war doch was kaufen hier. Freischaldinger. Ne, mit gelben. Was? Was? Hast du grad gesagt? Boah, Leute. Ich kann so nicht spielen. Ich schieß gleich irgendwo an die Decke oder so. Du brauchst dich doch grad selber zu machen. Ja, was lustig ist. Hast du den Bildschirm verdreht? Nein. Bist du so weit weg? Oh, ich bin da. Leichte Exoschwere, streng Exospezialisten. Was ist das Unterschied? Ich bin noch stark. Das ist schwerer. Boah, das ist geil. Geil. 10 Sekunden. Was heißt das? 10 Sekunden. Was heißt das? Also wir haben jetzt Wellen, ne? Ist wie Koros Video, oder? Also Leute, genießt das. Ich bin unten. Komm. Hinten kommt was. Wow, was geil ist. Geil. Boah, was geil ist. Geil. Boah, boah. 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 Das hab ich hier für ne Wache. Schön, dass du nur was spielen mit dir zum Ruf. Ja, bin ich. Boah. Boah. Was ist das denn? Was? Zu schauen? Bin ich gestorben? Bin rum und runter, guck mal. Kann ich nicht mehr reinkommen. Du bist auch im Keller, oder? Du kannst nicht mehr reinkommen. Also spring niemals nach hinten irgendwo rückwärts. Ich will mal reinkommen, dann das Spiel, aber das ist so lang. So lang. Oh nein. Oh nein. Boah. 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 angehört, ne? Ich brauche ihn jetzt. Warte, der Sound ist doppelt. Du musst die Box leiser machen. Ja. Ja. Ach, muss ich gar nicht. Warte, mach doch. Ich sterbe. Kannst du mal aufhelfen, bitte? Wo bist du? Ich bin hier hinten bei den Waffen. Da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Schau ich da noch? Ja. Ja, aber da war 41. Ja. Ich bin doch gekommen. Aber du warst so schnell weg. Ich bin doch gekommen. Das war klasse. Lass uns mal vor, was du schreibst. Wer kommt denn da noch? Und man hört sich innen gehen, sagt er. Wir haben das schon. Ja, wir fahren weiter auf einmal. Oh, hier habe ich mit voller Dinger nicht herrschen gebrochen. Dauert aber lange, ne? Ja. Oh, ich muss noch mal Nase putzen. Boah, die läuft jetzt sauer vom Lachen. Kann ich jetzt was hören oder kriege ich das wohl, wenn ich noch nicht gewonnen hab? Ja, nein. Boah, ich hab einen ganz roten Kopf vom Lachen. Alter. Ja? Was ist? Ja, wo ist denn die Waffen von? Ja, wo sind die? Bei die Waffen sind wohl. Was ist denn da? So, wo sind wir da zu nützen, wenn du schon da bist? Wir kriegen wir zu da. Ja, die ist ja toll, ne? Super komisch. Ich würde den letzten Leger loslegen. Ich würde das echt verlammen. Ach, verdammt! Ah, da sind die Tauben. Oh, ja, das ist super. Ich werde das. Ich werde das nicht verloren. Ich werde das nicht verloren. Ich werde das nicht verloren. Bist du das nicht? ja, ich bin am fighten ganz gepflegt aber ich muss was tun ich hab am fighten gar gekippt oder was da los Sammelrunde wo kann ich jetzt meine verkackte haben wir alle weggeklappt haben wir die noch so höhen so Leute, was schreiben die? guck mal ach, bin ich jetzt total bescheuert? wo ist denn die Waffe jetzt? hä? hm ich hab schon nicht begonnen da kann ich mir jetzt hier was umbauen das ist voll die Waffe fertig die Mission die Mission ist immer voll nee das ist voll echt? hab ich jetzt? nein, hab ich jetzt echt eine FNB-Pistole? wo kann ich Waffe wechseln? die Waffe gewollte Runde das ist nicht immer doch ja das ist doch ja das ist echt das ist ja